13 Uhr Leute, es ist Freitag, es ist Unboxing Zeit und damit herzlich willkommen zu Part 2 vom ZEG Unboxing Marathon der Üboxen und wir sind bei Übox Nummer 4 Barsch Leute, das ist nicht die vierte Übox, die erste Übox Hecht haben wir schon heute Morgen geunboxt, falls ihr das nochmal sehen wollt, guckt einfach in die hochgeladenen Videos oder bei den vorgeschlagenen Videos, die wird da hier so kommen. Na, na, ihr findet das schon und jetzt gehen wir Übox Barsch rein und die hört sich vollgepackt an mit krassen Krams, na, auch wieder mit am Start ist natürlich Svenny und UVI und wir gehen jetzt rein Leute, wir gehen jetzt rein, wir gehen jetzt rein. Ich grüße jetzt natürlich auch wieder die ganzen Unboxing Fans, die sich auf meinem Kanal tummeln, die natürlich nicht nur Unboxings kriegen, sondern nur jeden Freitag und ich sag auch nochmal herzlichen Dank an ZEG, die mir einfach das Paket zugeschickt haben, ohne dass ich da überhaupt mit gerechnet habe. Und die haben ja schon mal so ein, einfach so eine Aktion gemacht und das feiere ich einfach absolut hart. Oh, vollgestopft, ey. Oh. Zegi, Zegi. Oh, wow. Kann man hier schon eine Handschrift von Johannes Dietl merken? Wir werden gleich sehen, Leute, wir werden gleich sehen. Wir haben hier, wir fangen an mit Glass Beats. Das ist für, Gott, jetzt kommt wieder ich und diese Finesse Rigs und sowas alles, na. Carolina Rigs und so ein Zeus, steht da irgendwas dabei. Glasperlen mit Facettenschrift, perfekt für Finesse Montagen, erregt Aufmerksamkeit des Fisches. Genau, Finesse Montagen. Ich halte mich da jetzt auch sehr allgemein. Na, meine Finesse kennt ihr ja. Tungsten, Chiburaska. Sehr, sehr stark. Wir hatten ja bei der Hechtbox noch sehr viel Blei. Ich bin gespannt, wann da Zeg auch umsteigt in die Produktion auf Tungsten. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht so ganz günstig ist und sowas alles. Aber ich bin mal sehr, sehr gespannt, wann es da auch die Wände gibt, ne. Schöne Chiburaska-Köpfe. Die sind UV-nicht-aktiv. Weiß, 5 Gramm. Zwei Stück drin, ne. Finesse, Finesse, Leute. Finesse. Hatte meine Schülerin, die hieß Inez. Okay, lassen wir das. Alter! In-Vito-Top-Water-Köder, oder? Oh yes. Oh yes. Das ist natürlich nicht nur für Barsch. Das ist auch für Rapfen, Arland, alles, was auf Top-Water geht. Ne? Da werden wir auch noch unterwegs sein. Wir werden damit live streamen oder auf Video. Und das ist schon UV-aktiv, wie ihr hier seht. Da seht ihr die UV-Aktivität. Jetzt wurde ich von meiner Frau abgelenkt. Aber, Leute. Den Vito habe ich selbst noch nicht in der Top-Water-Collection von ZEC. Die anderen, Johnny Walker habe ich. Johnny Walker hatte ich mir schon eingepackt für meine Top-Water-Tour. Und den Vito werde ich jetzt auch direkt dazu packen. Stark. UV-Aktiv habe ich dir schon gezeigt. Bin ich mir nicht so sicher. Zack. Sehr, 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 sehr geil. Dann der Hitch. Leute. Alter, und was eine geile Farbe der Hitch, Mann. Ich nenne ihn gerne den Hitch-Doktor, Leute. Alter, mit der Glitzerfarbe. Leute, das ist mal krasser Shit. Guckt euch das mal an. Das ist mal richtig krasser Shit. Wie schön der einfach ist. Auf jeden Fall mit dem Ding Garant für Barsche. Wenn ihr einen Spot kennt. Wo Barsche sind. Rasselt nicht. Läuft 0,5 bis 1 Meter. Auf jeden Fall den Hitch benutzen. Und dann geht's ab. Der ist UV-Aktiv. Das ist nicht so schlimm. 4,5 Gramm, Leute. Clear Flash. Diese Farbe könnt ihr im klaren Wasser benutzen. Aber eigentlich auch überall, Leute. Einfach am Kanal durch. Am See kurz durch. Und da ballert was drauf. Würde ich euch. Ähm... C und T... Finesse-Angler. C und T-Rig-Stop. Das sind so was wie Stop-Appel. Die C und T-Rig-Stops. S sind zum flexiblen Stoppen von Bullet-Weights. Bei Carolina und Texas-Rigs. Für ein Schnurr-Durchmesser von 0,22 bis 0,37 Millimeter geeignet. Leute, so weit bin ich noch nicht. Das ist aber krass, Mann. Und da sind wir auch schon bei den Bullet-Weights. Bullet-Weights. Also bei den Bullet-Weights. Auch Tungsten. Ne, 7 Gramm. 4 Stück. Schön, ne. Patronenblei mit Innenführung. Innenführung. Für Carolina, Texas-Rig. Unauffälliges und robuste Beschichtung. High-Quality Fishing Gear. Jetzt habe ich Tungsten gesagt. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es Tungsten ist. Steht nirgendwo drauf. Also will ich mich da nicht festlegen. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, wie es jetzt die Farbe so ist. Aber ich mache keinen Quatsch erzählen. Dann natürlich Chebohooks, Leute. Chebohooks in Größe 4. 5 Stück. Und Dropshot, Leute. Schön. Drobody-Shuttle-y. 10 Gramm Dropshot. 4 Stück. Das ist geil. Kleines Startplatz und Dropshot angeln. Sichere Klemmöse. Unauffälliges und robuste Beschichtung. Da Dropshot-Blei geht immer. 10 Gramm. Gute Qualität. Jetzt kommen wir nochmal zu ein bisschen Gummis. Alter, wieder so eine Mix-Packung. Finde ich cool. Die Mix 3. Mit 4 unterschiedlichen Ködern. Finde ich sehr gut. In einer schönen Größe. 6,4 cm. Schöne Barschgröße. 10 Stück sind drin. Und haben wir eine UV-Aktivität. Bei manchen. Bei den oberen bestimmt. Guckt euch das an. Bei den oberen auf jeden Fall. Unten auch. Hier bei den grünen. Hier ein bisschen weniger. Aber die linken. Die linken Wilsons. Die sind auf jeden Fall sowas von UV-Aktiv. UV-Active. Geil, Mann. Auch wieder gesalzen. Mit Knoblauch. Und Shrimpy. Schmimpi-Öl. Am Start. Und das ist auch wieder ein Fauchspannsköder. V-Tail für Dropshot. Könnt ihr da gerne drauf machen. Würde ich machen auf jeden Fall. Dropshot. Und dann geht's ab. Und hier. Leute. Wenn ich die Farbe sehe. Wenn ich die Farbe sehe. Black Flag Orange. Muss ich sofort an Dorsche denken. Sofort an Dorsche. Also wenn ihr im Wasser seid. Am Meerwasser. Und auf Dorsche mal gehen wollt. Auf jeden Fall. Rein da UV-Aktiv. Man sieht so krass. Man sieht so krass. Und da zuppelt ihr auf jeden Fall die Dorschis raus. 6,4 cm sind 10 Stück drin. Von den Dudes. Ich weiß gar nicht, ob in jeder Überraschungsbox unterschiedliche Farben drin sind. Müsste ich mir mal die Unboxings der anderen Unboxer angucken. Auf jeden Fall. Und hier haben wir ein Padletail. Also ein Schwanz. Und wieder eine Riesen-Packung Hario-Voltran. Ey, da haben sie aber ein dickes Upgrade gemacht. Dann wieder hier der Barsch. Die neuen Designs sehen böse aus. Böse. Richtig Erwachsene. Richtig krass. Gefällt mir. Gefällt mir. Und dann haben wir hier einen Gesamtwert von 55 Euro. 25 drin. Und ich glaube, wir haben alles drin, was wir brauchen, oder? Ja. Hitch hatte ich auch. Geil. Also der Vito ist irgendwie auch stark für mich. Der Hitch auch. Der Rest ist Finesse. Für mich persönlich nichts. Aber fühlt sich krass an wie so eine Japan-Barschbox. Ey, und ich finde es gut. Ich finde es richtig gut. Und ich freue mich da für euch, die sich diese Barschbox gekauft haben. Denn die Barschbox ist richtig, richtig gut. Muss man einfach sagen. Ich freue mich auf den Vito, Leute. Ich freue mich auf den Vito. Ich nenne ihn Danny. Danny D. Vito. Oder? Oh ja. Leute. Falls ihr am Wasser seid. Ne? Dickes, dickes Petri. Und wir sehen uns heute Abend wieder zum Unboxing der Zanderbox. Der Zanderbox, Leute. Die Zanderbox heute Abend, 19 Uhr, zum ZEG-Marathon, die Dritte. Und Leute. Finesse Rigs. Vielleicht hat Johannes mal Bock, mir Finesse zu zeigen. Wer weiß. Grüße gehen auf jeden Fall raus. DTL wird sick. Ich freue mich. In dem Sinne. Herzlichen Wasser seid. Dickes Petri. Und das Allerwichtigste. Bleibt gesund, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.